He? He? Wieso tötet er mich? Nein, 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 ich hab nicht aufgepasst! Ich hab nicht aufgepasst! Der arme Junge! Moin! Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum neuen Video! Heute gibt es ein besonderes Video und zwar ich hab in Alvis Custom Games mitgemacht und zwar Genauer gesagt in Alvisakt und ich kann schon mal sagen, es waren die witzigsten Custom-Games, bei denen ich jemals mitgemacht habe. Hier wurde die ganze Zeit genervt, geärgert von irgendwelchen Griefern, ich hatte so viel Spaß einfach. Ich war zwar nicht der Beste, aber ich hatte am meisten Spaß, das kann ich euch schon mal versprechen. Jetzt noch eine Kleinigkeit und zwar, ab morgen fängt die neue Season an. Wenn ihr mich da gerne supporten wollt, gerne Creator Gojohns im Itemshop eintragen, wenn ihr euch den Wettel passt oder irgendwelche Skins holt, würde mich mega, mega doll freuen. Jetzt noch eine weitere Kleinigkeit und zwar, ich habe die letzten Tage insane, insane krass diese Wohnung hier aufgeräumt. Deswegen wollte ich mal fragen, ob es euch interessieren würde an einer Wohnungstour oder Roomtour. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann könnten wir das auch eventuell die kommenden Tage mal machen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Abfahrt. Wie gesagt, wir droppen alle Coney Crossroads. Hast recht, hast recht Brotato. Hättet ihr fast gejokt. Geil. So, jetzt müssen wir Alvi ein bisschen nerven einfach. Ich hoffe, ich werde einfach getötet, weil ich ihn so abgefuckt habe. Also Alvi sagt, wir bauen alles ab jetzt im Coney Crossroads. Wir sammeln, Alvi sagt, wir sammeln auch alle Chests ein, Muni Chests, alles, okay? Wir looten Coney Crossroads komplett leer. Ne. Ist er mit oder nicht? Da ist er, da ist er, da ist er. Let's go, Alvi, nein. Wer ist dieses Fertiger? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur Jona. Fertig. Digga, wie? Oh mein Gott, Digga. Alvi sagt, stellt euch alle an diese Holzwand. Jetzt mir geht der Spaß. Wuhu. Wuhu. Digga. Alvi sagt, stellt euch an die Holzwand. Ey. Ravis, was ist der Grüne? Ja, der Arme, Junge. Bist du, Rapheter. Du, Rapheter. Du, Rapheter. Ich hab 40, ich hab 40 Kp. So, Alvi sagt, alle an die Wand. An die Wand. Hast du selbst nicht sagt? Wand wieder und schrubben. Ja, was ist? Einmal an die Wand und schrubben und der Kamerad macht Liegestütze. Was verstehst du denn daran nicht? Du gehst jetzt hier hin und schrubbst die Wand. Ach so, ich dachte, sie meinen nicht, weil ich heiße Andy Wand. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Sie heißen Andy Wand. Korrekt. Wollen Sie mich verarschen? Den Ausweis will ich sehen. Okay, kommen Sie her. Hier, lieber Herr Hort. Er heißt wirklich Andy Wand. Alvi sagt, hinschneiden. Ey, what the fuck? Ogen. Von da oben. Von da oben. Was macht er? Mein Gott, was... Wir alle auf ihn gehen, Digga. Wir jagen den alle. Ja, wir jagen ihn. Jungs, wir bleiben hier. Wir bleiben enttilted. Wir bleiben enttilted. Wir bleiben enttilted. Jungs, wir bleiben enttilted. Hast du ihn? Das ist ein komplettes Trio. Was sind das für Lappen, bitte? Ich bin hier unnötig. Also, das ist ja wirklich crazy unnötig. Alvi sagt, wir stellen uns hier bitte alle an die Holzwole. Yo, ich bin zu frei. Wenn ihr irgendeinen von diesen Idioten da seht, okay? Ihr dürft den abschießen, okay? Alvi sagt, ihr dürft den abschießen. Deswegen... Oh, okay, Digga. Auf ihn! Oh mein Gott, Digga. Ich habe 25 HP. Okay, wo bist du? Yo, ich bin hier unten. Ich bin an der Seite. Ich bin an der Seite. Alvi sagt, chill. Alvi sagt, chill. Spray mich. Alvi sagt, sneaken. Stehen bleiben. Ah, das ist easy. Er ist so einfallslos. Hä? Hä? Wieso tötet er mich? Ja. gelesen die sagt stehen bleiben wie sagt wenn irgendeiner von euch ein rift hat kommt ihr jetzt bitte zu mir doch mein gott die lolliköpfe so all dieser kommt mit kommen all wie sagt alle zu koni bitte okay holt die metz die metz wir müssen ein herz machen ich werde dahin okay weiterlaufen dieser nose gehen was macht weiterlaufen oh mein gott wie kacke snakes du bist so scheiße oh mein gott bist du scheiße hilf mich komm runter zu mir komm runter zu mir alter wenn er dich nicht finischt dann dann bewerbe ich dich wir müssen da ganz schnell hin wir padden einfach hin okay ja hier vorne ist das pad ja wir sind genau bei den anderen wissen genau bei den anderen let's go let's go okay alle wie sagst nicken oh mein gott nein 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 ich hab mich aufgepasst was kannst du eigentlich ich kann alvi zuschauen wir von stream abgefuckt wird hehehe Tigger der Hals! der steck in seinem Hals! oh mein gott wie gesagt wenn ihr den seht ihr dürft jetzt nicht gesehen erst ich hab ihn gepickt wie schlecht bist du auch ich hatte keine ich hatte keine waffe ist ja darauf eingefallen Alvi sagt aufstehen Hinknien Let's go Alvi sagt hinknien Das habe ich auch gesehen übrigens So Alvi sagt zu mir drehen Alvi sagt weg von mir drehen Das geht wieder los Alvi sagt aufstehen Alvi sagt hinknien Alvi sagt Picke raus Alvi sagt Waffe raus Alvi sagt zu mir drehen Alvi sagt weg von mir drehen Alle zu mir drehen Oh Der eine hier Let's go Ich zitter Alvi aufstehen Oh nein Oh mein Gott Darauf sind viele reingefallen Alle die stehen Könnt ihr umbringen Bewusststand Digga aber das ist unfair Das war Jonas Das ist so Reingefallen sind Oh das tut mir jetzt eigentlich leid Noch einer Wo denn Wo denn Wo 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 Da Spiderman Alvi sagt geht alle hier hin Kommt Zu mir Ne Ich denke Ich bin all wie sagt wer zuerst meine höhe erreicht gewinnt und kriegt wir gehen wo das wird jetzt los und gewinnen wenn man findet man mit oh mein gott der eine ist in so nein oh gott das entspannet jetzt eine graphics die kriegen das sind gegrieft graphics der andere der andere wo es andere ist auch tot okay ja dann hat exkluser gewann all die sagt so das war's mit dem video ich hoffe hat das video gefallen lassen doch gerne ein abo auf diesem kanal da wenn euch das video gefallen hat und noch kein kreuzer johns im item shop heute eintragen wenn du den bett auf das war's mit dem video ich hoffe das video gefallen ich bin raus bis dann